Am Schüsslerferdl seiner, das habe ich jetzt ganz langsam sagen müssen, weil ich habe es jetzt wirklich ein paar mal probiert. Das ist ein Zungenbrecher. Am Schüsslerferdl seiner ist ein Jodler. Den lernen wir jetzt gemeinsam mit Raudi Sifferlinger, die ihre Geschwister dabei hat, die Maria und den Hermann. Ich habe mir jetzt sagen lassen, auch beim Jodeln kann man die Texte durchlaufen lassen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er es gar nicht braucht, weil wenn die Traudi Sifferlinger jemand das Jodeln lernt, da brauchst du keine Texte dazu zum Ablesen. Ihr werdet das auch so lernen. Die Traudi Sifferlinger ist eine Frau, die sicher viele von euch kennen, die unheimlich aktiv ist, zum Beispiel auch die Wirtshausmusikanten macht im Fernsehen, die auch immer in der Regie bei zwischen Spessart und Carwendel dabei ist, die eine eigene Band hat, Pitupathie, die Geigenunterricht gibt und natürlich Jodelkurse. Bei Jodelkurse fällt mir gerade ein, ich habe sie einmal im Frauenhofer erlebt, im Wirtshaus, wo die wirklich das ganze Frauenhofer zum Singen gebracht hat und zum Jodeln vor allem. Also das muss man erst mal gesehen haben und das muss man hinkriegen. Ich meine, da waren ja vollkommen unbegabte Menschen dabei, die wollten auch einen Schweinebraten essen und gar nicht zwingend Jodeln, aber am Schluss haben sie es gekonnt. Das wird euch auch so gehen. Viel Vergnügen mit Traudi Sifferlinger. Grüß euch, es heißt sing mit, wenn man es genau nimmt, heißt es jetzt eigentlich Jodel mit, weil wir würden euch jetzt gerne einen dreistimmigen Jodler vorsingen, den ihr dann lernt von uns. Er heißt an Schüssel, Viertel, Seiner. Okay, du das so. Tadai ho e ho da ro. Tiri yai ho da ro. Tiri yai ho da ro. Tiri yai ho da ro. Tadai ho e ho. Tidai ho da ro. Tiri yai 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 ho da ro. Jetzt singe ich euch die erste Stimme vor, dass auch die Silben lernt. Tray ho e ho da ro, diri ai ho da ro, diri ai ho da ro, diri ai ho da ro. Tray ho e ho da ro, diri ai ho da ro, diri ai ho da ro, diri ai ho da ro, bleibt gesund. Und Tante Masinger am Schluss, Gesundheitsurlaub. So und jetzt sind die Maria, meine Schwester, die zweite Stimmung. Und von der Rai ho e ho da ro, diri ai ho da ro, diri ai ho da ro, diri ai ho da ro. Tray ho e ho da ro, diri ai ho da ro, diri ai ho da ro, bleibt gesund. Sehr gut. Und jetzt kommt die dritte Stimmung vom Hermann, von unserem Bruder. Tray ho e ho da ro, diri ai ho da ro, diri ai ho da ro, diri ai ho da ro. Tray ho e ho da ro, diri ai ho da ro, diri ai ho da ro, bleibt gesund. Genau, jetzt habt ihr jede Stimmung gehört und jetzt könnt ihr euch einmal vorschlagen, erste Stimmung, zweite Stimmung miteinander. Tray ho e ho da ro, diri ai ho da ro, diri ai ho da ro. So klingt die erste, zweite Stimmung und jetzt machen wir einmal erste, dritte Stimmung miteinander. Wie das klingt, ihr könnt es dann mit der zweiten Stimmung schon dazusingen. Tray ho e ho da ro, diri ai ho da ro, diri ai ho da ro. Oder bleibt gesund, wie auch immer. Jetzt passt es auf, jetzt machen wir folgendes, zweite Stimmung, dritte Stimmung miteinander. Weil dann könnt ihr mit der ersten Stimmung dazusingen. Tray ho e ho da ro, diri ai ho da ro, diri ai ho da ro. Tray ho e ho da ro, diri ai ho da ro. Tray ho e ho da ro, diri ai ho da ro, diri ai ho da ro. Wie auch immer, es gibt viele Schlüsse. Und jetzt würde ich sagen, jetzt singen wir es eigentlich einmal dreistimmig. Und jeder kann seine Stimmung, die für ihn taugt, dazusingen. Tray ho e ho da ro, diri ai ho da ro. Tray ho e ho da ro, diri ai ho da ro. Tray ho e ho da ro, diri ai ho da ro. Tray ho e ho da ro. Tray ho e ho da ro, diri ai ho da ro. S'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n". Fray ho e ho, diri ai ho da ro.